Herzlich willkommen zum nächsten Video auf diesem Kanal. Ich war heute mal in Ottersberg und habe mir das neue Tesla-Zentrum angeschaut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das Tesla-Service-Center in Ottersberg wird voraussichtlich Mitte Dezember eröffnet. Ich hätte gerne noch weitere Aufnahmen für euch gemacht, doch leider durften wir das aufgrund der baulichen Maßnahmen nicht. Da ich aber nicht ganz umsonst nach Ottersberg fahren wollte, hier noch ein paar Impressionen aus Ottersberg. Das Tesla-Service-Center in Ottersberg. Solltet ihr auch erwägen in nächster Zeit einen Tesla zu kaufen, nutzt doch gerne meinen Referral-Code, den ihr hier unten eingeblendet seht oder klickt einfach in die Videobeschreibung. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und lasst doch gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.